Hallo Leute, ich bin's, der Tuffi. Es gibt einen kleinen Nachtrag zu meinem 2000-Abonnenten-Spezial XXL-Talk. Wir hängen einfach mal ein bisschen was dran nochmal. Und zwar, ich hatte jetzt unter dem Video gelesen, ob ich nicht sowas mal zu YouTube machen kann. Jetzt muss ich natürlich sagen, ich bin jetzt auch nicht der große YouTuber und ich bin auch kein YouTube-Profi. Aber ich kann ja einfach mal so Argumente nennen oder mal Sachen sagen, wo ich bei mir heute retrospektiv, also rückblickend, Dinge sehe, wo ich denke, was hast du da gemacht? Und dass man vielleicht sagt, warum solltest du das vielleicht nicht so machen? Fangen wir mal damit an. Was will ich überhaupt für einen Kanal machen? Meine ersten Videos, die ich auf diesem Kanal jemals hochgeladen habe, waren irgendein Gaming-Quatsch. Ja, und war nicht besonders gut produziert, war kein guter Ton, kein gutes Bild und waren quasi irgendwelche Mitschnitte von Twitch. Und bei Twitch hat das super funktioniert, weil das interaktiv aus der Situation heraus gut und lustig ist. Aber ich weiß nicht, ob man sich auf VOD das nochmal angucken will. Ja, das heißt, muss man sich überlegen, was will ich da überhaupt machen? Und jetzt nochmal. Ich würde nie auf die Idee kommen. Ich, Tuffy, ja, League of Legends zu spielen. Ich würde nie auf die Idee kommen, Minecraft zu spielen. Ich würde auch nie auf die Idee kommen, Call of Duty oder was gibt es da sonst noch? Casual-Spiele, die jeder spielt, zu spielen. Auf diesem Kanal. Weil ich in diesen Spielen weder gut bin, noch weil ich davon Ahnung habe, noch weil mich persönlich diese Spiele interessieren. Ja, wenn ich Counter-Strike Pro bin und ich mache Videos zur Map oder ich mache da irgendwelche Sachen, Gameplay zu Counter-Strike, dann hat das ja vielleicht seine Daseinsberechtigung, weil es da eine Zielgruppe gibt, die das guckt. Da muss ich das aber auch authentisch und gut machen können. Und damit sind wir eben bei den ersten Punkten. Macht doch nicht Spiele, die es schon hunderttausendmal gibt. Es gibt keine Ahnung, zehn Millionen YouTuber und neun Millionen YouTuber machen Call of Duty, Minecraft, Counter-Strike und Battlefield. Das ist schon voll. Da gibt es keinen Platz mehr für mich und für dich glaube ich auch nicht. Deswegen lasst das einfach bleiben und macht, wenn ihr solche Videos zu so einem Gameplay machen wollt oder was, dann macht doch einen Gaming-Kanal, der relativ allgemein gehalten ist. Hat auch den Vorteil, stell dir mal vor, du findest in drei Jahren Minecraft blöd. Dann ist das heute so. Dieser Kanal, keine neuen Videos steht da dahinter. Oder inaktiv eingestellt. Dann hast du, alles was du gemacht hast, ist umsonst gewesen. Weil es ist alles Quatsch gewesen. Das hätte man schon von ganz am Anfang wissen können, hätte ich gar nicht anfangen brauchen. Ja, weil wenn man einen Kanal macht, dann muss der langfristig orientiert sein. Weil du baust deine Community und deine Follower ja auf. Die wollen auch regelmäßig von dir Videos haben. Wenn man jetzt weiß, ich kann das eh nicht, dass ich einmal im Jahr nur ein Video hochlade, braucht man keinen Kanal machen, der irgendwie halbwegs aktuell sein möchte. Ja, das ist nämlich das Nächste. Versucht, überlegt euch einen Kanal, der dir selber entspricht. Man ist, ich, Tufi, ist eine andere Person als ich in Natura. Ja, das ist was anderes, als wenn ich normal irgendwo unterwegs bin, wenn ich jetzt in so einer Kamera spreche. Aber ich, trotzdem versuche ich, so authentisch und so realistisch und so ich selbst zu sein, wie ich das nur kann, einfach um diese Videos gut zu machen. Ja, und das ist das Nächste. Ich könnte nie ein Video machen wie, keine Ahnung, irgendwelche Beauty-Tipps. Ich könnte nie ein Video machen wie ein Unge mit einem Webcam hier so durch die Gegend fahren. Ich könnte auch nie ein Video wie LeFloid machen, weil das bin ich nicht. Das ist, ich bin diese Persönlichkeit Tufi und nicht LeFloid. Ja, das heißt, es wird von mir nie Videos geben, die diesen Kanal kopieren, weil das einfach keinen Sinn ergibt. Und das ist eben auch für dich wichtig. Du kannst jetzt nicht sagen, ach, guck mal, der, der macht das und das mache ich einfach genau nach und dann habe ich genauso viel Erfolg damit. Nein, das hast du nicht. Ja, hast du nicht. Weil er ist er und du bist du und du bist nicht er. Weil das merken die Leute sofort. Das ist halt ein Imitat von dem Imitat. Das ist schlecht. Ja, wollen wir nicht haben. Guckt auch keiner, ehrlich gesagt. Das ist doch das. Und wenn du da in so ein Video so anfängst, so. Hallo. Ja, ich mache hier so ein Video, aber ich bin da ganz schlecht in diesem Spiel. Und ihr merkt schon, eigentlich will ich das überhaupt nicht, so ein scheiß Video hier machen. Das kotzt mich voll an, dieses Spiel und dieses überhaupt hier YouTuber hier. Warum mache ich das? Weil das meine Bros auch machen, sonst bin ich nämlich nicht cool. Ja, deswegen mache ich hier ein Video jetzt so. Es ist voll schlecht und der Ton ist auch total schlecht und das Bild auch. Aber ist egal, ich bin jetzt bei YouTube. So, wo du da rangehst, dann brauchst du das auch nicht machen. Ja, das ist halt, das merken doch deine Zuschauer. Die wollen doch nicht irgendwie so ein, was ist, die wollen doch nicht sagen, was ist denn das für ein Quatsch? Ja, sondern die sagen, oh, das ist ein guter Kanal. Der macht gut Content, gute Show, informative Videos, die helfen mir, was auch immer. Ja. Aber nicht irgendwie, keine Lust, kein Interesse, kein Bock, unmotiviert und dann noch schlecht gemacht. Das interessiert niemanden. Das guckt auch keiner. Das wird auch nicht erfolgreich sein. Und dann macht auch nicht solche Videos wie, keine Ahnung, Fails. Ja, warum? Wie jemand will. Es ist vielleicht mal interessant, wenn ein großer YouTuber am Jahresende ein Video macht, wo er so seine rausgeschnittenen Szenen zeigt. Ja, oder so seine Epic Fails, was er so, größten Versprecher, was auch immer. Ja, geht ja. Aber damit kann man noch keinen Kanal betreiben. Das funktioniert nicht. Das ist halt schwierig. Schwierig. Meint ihr nicht auch? Deswegen, das ist ein Problem. Wenn wir gerade bei dem Thema sind. Wenn man jetzt sich überlegt, was will ich überhaupt machen auf YouTube? Wenn man sich überlegt, was will man überhaupt für ein Content machen? Macht man, es gibt ja so zwei Arten von Videos, die man machen kann. Man kann so Videos machen, auf der einen Seite, die so, ich sag jetzt mal, LeFloid-Style sind. Da gibt es ein aktuelles Thema. Das ist so gerade hip en vogue in der Presse. Da mache ich jetzt so ein Video zu. Ja, und sage euch da meine Meinung zu. Oder ich zeige da irgendwas. Außer Politik, keine Ahnung. Sag, ja, heute ist die Titanic gekommen, die neue Ausgabe. Ja, hier zeige ich euch. Total toll. Oder mache ein Video zu irgendeinem Patch. Das Video funktioniert einen gewissen Zeitraum. Relativ aktuell und erzeugt dann relativ hohe Reichweite, hohe Klicks. Und in vier Wochen oder in drei Monaten guckt sich so ein Video keiner mehr an. Auf der anderen Seite sind jetzt, sag ich mal, so zeitlosere Videos. Wie ich das ja auch mache. Meine Tutorials sind jetzt auch, ob ich die jetzt 2014 aufgenommen habe oder 2015, für das gleiche Produkt up to date, solange das Produkt da ist. Wenn sich da was dran ändert, dann nehme ich da natürlich ein neues Video für auf. Aber sie funktionieren über eine relativ lange Zeit konstant und gleichmäßig. Und damit haben sie auch vielleicht am Anfang nicht diese mega hohe Reichweite, aber auf Dauer komme ich da halt auch auf meine Reichweite und meine Klicks. Und weil ich eben Leute habe, die dieses Interesse haben und danach suchen. Eben dich oder die Livestreamer. Aber das muss man halt auch überlegen, was will ich. Wenn ich so einen aktuellen Kanal machen will, hier auf der einen Seite, dann muss ich dreimal die Woche Content erzeugen. Weil wenn da kein Content kommt, dann gucken die Leute nicht. Weil die sagen, da war ja nichts mehr, ist inaktiv. Weil die alten Sachen sind halt langweilig. Das interessiert keinen, sondern die wollen immer frischen, neuen Content. Der Tutorial-Typ, so wie ich, so ein Retro-Oldschool-Kanal, den ich heute mache, da ist das nicht wichtig, ob das jetzt heute kommt oder nächste Woche. Aber hauptsache es kommt. Und es ist gut gemacht. Und damit sind wir auch bei dem nächsten Aspekt. Was sehe ich so als Do's und als Don'ts? Also man kann ja viele Sachen sich bei anderen anschauen. Wie machen die das? Wie sieht das da aus? Wie wirkt das da? Aber man kann nicht einfach Sachen eins zu eins übernehmen und sagen, bei ihm ist das Erfolg. Das mache ich genauso eins zu eins. Wie zum Beispiel ein Intro. Da gibt es dann Intros mit so Bäm, Bäm, Bumm, toll. Ganz viel Lärmstep, Dubstep, Krach, rumgewackelt. Und dann kommt so ein Video. Und dann kommt Pam. Und dann kommt Hallo. Ich wollte mit euch heute Minecraft Bedwars machen. Und ich habe auch gar nicht so viel Bock. Oder so rumgeschreie auf dem Teamspeak, wo du kein Wort verstehst, weil die dann nur dichteinander brüllen. Tut mir leid, das passt nicht zusammen. Dieses Intro, am besten noch 15 Sekunden lang. Total Quatsch. Das ist einfach verschenkte Zeit, weil dieses Intro ist langweilig. Das interessiert keinen. Wenn du jetzt sagst, was ist denn das für ein Intro? Ist das ein individuelles Intro? Nee, das ist irgendein Intro von After Effects, was du Template hast und das hat dir irgendeiner angepasst. Das ist aber nicht toll. Weil das vielleicht nicht zu dem Minecraft-Kanal passt. So ein Intro muss schon Personen- oder Content-bezogen sein. Und nicht 15 Sekunden lang. Und nicht so mega laut, sondern nur so ein kurzes Stück. Ich habe da selber so Intros früher gemacht. Und wenn ich mir die heute angucke, dann denke ich, was habe ich da nicht für einen Quatsch gemacht? Würde ich heute nie wieder tun. Weil meine Intros bauen heute auf dem Produkt auf, was ich heute mache. Ich sage, Problem stellen, sich vorstellen und einem das Produkt vorstellen. Aber nicht wieder irgendeine Animation mit Musik und Bild und keine Ahnung, was man heute da mit After Effects alles macht. Das ist meiner Meinung nach too much, wenn das zu lang ist und nicht zum restlichen Programm passt. Lasst euch doch Hilfe geben. Es gibt doch hier auf YouTube auch eine tolle Hilfe-Seite. Und das ist halt einfach die YouTube Academy. Die Academy, die ist einfach dafür gedacht, da sind Profis, die machen den ganzen Tag nichts anderes außer YouTube. Und die geben dir Tipps und Tricks für das, was man da machen kann oder was man vielleicht auch nicht machen kann. oder es gibt genug Videos hier von YouTubern, die sagen so, meine größten zehn Fehler oder zehn Punkte, die deinen Kanal erfolgreicher machen. Guckt euch doch solche Videos an. Gibt es doch alles. Ich bin doch selber Noob. Aber ich kann halt nur die Sachen sagen, die ich früher falsch gemacht habe und wo ich heute denke, was habe ich da aufgenommen? Und gerade wenn man so den Zweifel hat, ist das jetzt ein gutes Video, dann lösch es doch lieber und nimm es neu auf. Weil du hast, wie gesagt, das ist wie ein Werbungsgespräch. Jemand kommt auf deinen Kanal. Jetzt hast du fünf Sekunden oder vielleicht zwei Videos Zeit, den zu überzeugen, dass der Kanal gut ist. Wenn der Kanal scheiße ist, weil das Video nicht gut ist, keinen guten Ton hat, kein gutes Bild, unscharf ist, verwackelt, pixellig, 480p Auflösung anstatt Full HD, dann würde ich so ein Video löschen und neu aufnehmen. Ich habe das versäumt, damals vor anderthalb Jahren. Meine ersten Videos waren der Ton oft asynchron, weil ich das mit dem Schneiden noch nicht konnte. Hätte ich diese Videos direkt neu aufgenommen, hätte ich mir einige schlechte Kommentare erspart. Mittlerweile sind die alle outdated und es gibt eine neue Version zu, weil man ja aus solchen Fällen lernt. Aber gerade das ist wichtig. Wenn euch da Leute Kommentare geben, sagen, hör mal, deine Webcam ist zu groß, dein Bild ist unscharf, deine Mikrofon ist zu laut, dann wollen die dir einen Tipp geben. Die wollen dich nicht dissen und die wollen dich nicht nerven, die wollen dir einen Tipp geben. Dann seid auch dankbar und dann kommentiert auch solche Videos und sag, ja, Dankeschön. Ich kommentiere jedes eurer Fragen, die ihr mir schickt, jede Sache. Auch wenn ihr euch da ein bisschen Mühe gebt, dann kriegt ihr von mir auch eine halbwegs solide Antwort. Wenn ihr da irgendwie mich da doof anmacht, geht nicht, dann soll ich dir das schreiben. Geht doch oder was? Was soll ich da machen? Ich weiß nur, dass es geht. Ich weiß auch, dass es bei anderen tausend Leuten geht. Also wenn ihr euch da ein bisschen Mühe gebt, dann kriegt ihr von mir auch eine kompetente, hilfreiche Antwort. Und das musst du auch machen. Wenn deine Leute, deine Viewer, deine Videos kommentieren, musst du dir auch einen Kommentar unterstreiben. Das geht irgendwann nicht mehr. Ich habe das schon mal auf einem Video gesagt, wenn du hunderttausend Aufrufe pro Tag hast, dann kannst du deine Videos nicht mehr kommentieren. Aber dann gibt es so viele Leute und als Community dann, gerade bei diesen Gaming-Kanälen, die dann eh genug Kommentare und sich gegenseitig kommentieren und so, dann ist da auch immer irgendwie ein bisschen Aktivität auf dem Kanal. Ja, also das ist halt auch wichtig. Ja, ich würde sagen, das wären so meine ersten Argumente. Nochmal so zusammengefasst, guck, dass du individuelle Projekte machst, nicht so, was es schon hunderttausend Mal gibt. Mach Kanäle, wo du authentisch bist, du selber. Kopiere nicht irgendwelche anderen Styles und irgendwelche anderen Video-Inhalte. Das macht keinen Sinn, das funktioniert nicht. macht nicht so einen Quatsch wie mit solchen komischen Intros, weil das alle haben. Das ist nicht gut, das passt einfach nicht. Guckt, wenn ihr mit Musik arbeitet, dass es Musik ist, die frei ist. Lasst es vielleicht als kleiner Kanal sein, das alles unbedingt zu monetarisieren, weil es einfach keinen Sinn ergibt. Gerade auch für dich macht es keinen Sinn, wenn du wirst niemals diese Auszahlungsgrenzen erreichen, die dafür notwendig sind. Also kannst du es gleich bleiben lassen. Es ist nur nervig. Lass dir Tipps geben von anderen. Guck Videos dazu, kommentiere und gehe auch eben auf Verbesserungsvorschläge ein und entscheide dich, was du für einen Kanal machen willst, weil YouTube ist ein langfristiges Projekt. Das jetzt nicht so ist, ich mache das jetzt zwei Monate und dann höre ich damit auf und dann wird das schon weiter funktionieren. Das ist leider nicht so. Also ein bisschen aktuell muss man bleiben. Man muss das pflegen. und man muss sich da eben vor allen Dingen Mühe geben. Und man muss selber wollen, dass das eben funktioniert. Das ist wie auf Twitch auch so. Wenn ich keine Lust habe, zu streamen oder auf YouTube zu sein, dann brauche ich da nicht sein und nicht hingehen. Nur weil meine Freunde da meinen, die sind da auch, muss ich da nicht sein. So selbstbewusst muss jeder einfach sein und sagen, es bringt einfach nichts, den 58. Kevin-Let's-Play zu machen, wo du zehn Abonnenten hast. In einem Spiel, was es schon 100 Millionen Mal gibt. Quatsch. Also findet da euren Weg, findet eure Nische, sei du selbst und dann funktioniert das auch. Aber alles andere ist meiner Meinung nach ein schwieriger Weg mit viel Tränen und viel Enttäuschung. In diesem Sinne, bis dahin. Macht's gut. Tschüss.